Die Hauptdarsteller proben heute eine wichtige Szene. Mitten durch das Land der Apachen wollen die Schurken eine Bahnstrecke bauen. Das gibt Ärger und Tote, Winnetou schwirrt blutige Rache. Zwischen die Fronten gerät Winnetous Schwester, gespielt von Nadine Menz. Als Gaststar ist sie dieses Jahr das erste Mal am Kalkberg. Schurtschi rettet Winnetou öfter den Arsch als umgekehrt. Wir haben auf jeden Fall darauf geachtet, dass sie nicht nur ein nettes Accessoire ist, sondern dass sie immer mit dabei ist, dass sie sich genauso zu verteidigen weiß wie die Männer, wenn nicht sogar besser. Neu ist auch der Regisseur Nikolas König. Nadine, ab! Bei seiner Arbeit profitiert er davon, dass er schon 15 Mal selber im Freilichttheater mitgespielt hat und alle Abläufe am Kalkberg gut kennt. Ich bin mit vielen Sachen sehr zufrieden und andere Sachen, die laufen sich jetzt ein. Also dieses jetzt durchlaufen lassen mal auch von Bildern und dann zu feilen und zu gucken irgendwie mal vielleicht, komm, du musst einen Ticken schneller oder pass auf, komm du mal ein bisschen weiter nach vorne doch in der Szene. Etwas Besonderes hat sich dieses Jahr Drehbuchautor Michael Stamp einfallen lassen und reagiert so auch auf die Kritik rund um die Karl-Mai-Erzählungen. Vergangenes Jahr entbrannte eine Diskussion über die klischeehafte Darstellung fremder Kulturen. Wir haben diesmal Karl-Mai persönlich bei uns im Stück. Der ist hier noch nie aufgetreten, denn er hat sich das ja alles ausgedacht. Das ist ein vollkommen erfundener Wilder Westen und das passt in diesem Jahr eben besonders gut. Wir hatten ja letztes Jahr diese Diskussion, dass man quasi reale Historie nachempfindet. Und wir sagten, nein, das ist keine reale Kultur, das ist ein ausgedachter Wilder Westen von Karl-Mai. Ihr Rothäute kümmert euch lieber um euren Money-Tuch. Rothäute, was für ein Wort. Kein Mensch besitzt eine rote Haut. Wir haben das Textbuch so gemacht, dass es für 2023 auch funktioniert. Und ich habe sehr, sehr viel Glück, dass ich eine emanzipierte, tapfere, mutige, interessante Frauenrolle spielen darf. Ihr beide, ihr hattet den Matabfall verdient. Aber hier sind Dutzende Unschuldige. Unschuldige. Zehn Tage haben die Schauspieler jetzt noch Zeit, ihre Texte und den Ablauf zu proben. Dann ist die Premiere am Kalkberg vor 8000 Zuschauern. Dann ist die Premiere am Kalkberg vor 5000 Zuschauern. Vielen Dank.